Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Bildbesprechung im neuen Jahr und nochmal an dieser Stelle eine große Bitte um Entschuldigung. Ich habe ja ein paar Wochen ausgesetzt, es ging einfach nicht anders und jetzt liegen natürlich da Bilder, die mir Mitte Oktober eingeschickt wurden, die ich jetzt erst besprechen kann und im Postfach sind noch einige andere Bilder, die jetzt, ihr musstet alle sehr lange warten. Tut mir leid dafür, aber anders ist es leider nicht machbar gewesen. Gut, damit der Strom nicht versiegt an Bildern, blende ich jetzt gleich nochmal meine E-Mail-Adresse ein, frank.astrofotocologne.de, da könnt ihr bitte eure Bilder hinschicken. Ich bitte jetzt dann schon um ein bisschen Geduld, wird ein paar Wochen dauern, bis es dann drankommt in der Bildbesprechung, aber es kam jetzt in letzter Zeit natürlich, weil ich auch nicht aktiv war, wenige Bilder, um ehrlich zu sein, gar keine Bilder. Ja, jetzt neulich kam mal wieder eins. Aber ja, liegt natürlich daran, dass ich irgendwie auch wenig oder gar nichts gemacht habe. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht weiter in diesem Jahr, alles nimmt weiter seinen Lauf. Wenn nicht wieder irgendwelche außergewöhnlichen beruflichen Aktivitäten dazwischen kommen, dann mache ich genauso weiter wie im vorigen Jahr mit einer Bildbesprechung pro Woche und einem Video pro Woche. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier ein Bild, das wurde eingeschickt vom lieben Tobias Artinger und das ist NGC 7380, der Wizard Nebula. Und das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Bild, was eindrucksvoll zeigt, was man heute unter normalen bis gar nicht mal so guten Bedingungen mit einer durchschnittlichen Ausrüstung, und ich würde fast sogar sagen, mit einer Anfängerausrüstung gehe ich später nochmal darauf ein, will jetzt aber auch niemanden auf die Füße treten. Und ja, wenn man einfach irgendwie ein paar, einfaches Gut, wenn man Dinge befolgt, die einfach nötig sind, um ein gutes Astrofoto zu machen. Kurz ein bisschen zu den Daten. Das ist aufgenommen mit einer Canon 1000D, die wurde Astro modifiziert. Die Montierung war eine AZ-EQ5GT, also eine Montierung aus dem Hause Skywatcher. Und das Teleskop war ein Orion UK 150 750, also ein F zu 5 Newton. Belichtet wurde das Ganze 87 mal 300 Sekunden bei ISO 400 und das Ganze fand in Wuppertal statt. Ich glaube nicht direkt in der City von Wuppertal. Ich komme da oben aus dem Bergischen Land und es gibt da irgendwie Regionen, ist ganz irre, wo man irgendwie zwar in der Stadt offiziell wohnt, aber eigentlich doch auf dem Land wohnt. Ich denke, der Tobias wohnt da ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Das gehört dann wahrscheinlich offiziell zu Wuppertal, aber wird wohl irgendwie eher Vorstadt oder ländliche Gegend sein. Gut. Der Himmel, auf Deutsch gesagt, bei dieser Aufnahme war nicht gut. Wie gesagt, ich kenne die Gegend da und das ist kein guter Himmel, um Astrofotografie zu betreiben. Und trotzdem hat er lieber Tobias hier ein tolles Bild hingezaubert. So. Was sind die Zutaten für ein tolles Bild? Einmal, dass man seine Ausrüstung im Griff hat. Das heißt, die Nachführung hier wurde aktiv nachgeführt mit einer Autoguider-Kamera und einer Anwendersoftware. Es stand nicht weiter dabei. Wahrscheinlich PAD-2 oder irgendwie sowas. Es wurde sehr gut fokussiert. Man sieht hier überhaupt gar keine Probleme mit Fokus. Also die Sterne sind alle punktförmig, nadelförmig. Ja, es gibt so einen ganz, 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 ganz leichten hier oben in den Ecken. Wenn die ganz, ganz wenig elongiert, da komme ich später nochmal drauf. Ist wirklich aber minimal. Also wenn man da auch reinzugt, gleich sieht man es einfach genagelt. Ja, so. Die Belichtungszeit spielt eine Rolle. 7, 80 mal 300 Sekunden. Das ist das, was ich immer predige, dass man irgendwie mit langen oder längeren Belichtungszeiten eben deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Und nicht nach einer Stunde schon aufgibt oder so. Was ich toll finde an dem Bild ist, das Objekt ist gut gewählt für die Brennweite. Ja, es ist so knapp an der Grenze. Viel kleiner hätte es nicht sein dürfen oder anders gesagt, die Brennweite hätte nicht viel kürzer sein dürfen. Dann wird das Objekt ein bisschen untergehen. So sieht man schon tolle Details. Und einigermaßen ist das Bildfeld ja ausgeschmückt mit dem Objekt. Es gibt aber auch drumherum ja noch so ein paar Dunkelnebel. Ich habe das hier sehr groß gezogen. Hier sind so Dunkelnebel. Ich kann das auch mal ein bisschen kleiner machen. Jetzt sieht man das ganze Bild besser. Ja, also insgesamt eine schöne Bildkomposition wirkt sehr, sehr gut. Ich finde die Farbdifferenzierung toll. Sieht man auch nicht immer. Also solche Nebel sind selten, einfach nur rot. Es gibt hier immer wieder, vor allen Dingen in den Zentren von solchen Nebeln, viele Blautöne, auch die hier ganz schön rauskommen. Man sieht hier auch diese Reflexionsnebelanteile, die auch immer so einen blauen Schimmer haben. Kommt hier wunderbar rüber. Perfekt, besser geht es nicht. Ja, Fokus, Nachführung, Belichtungszeit, eine gute Abbildung von dem Teleskop. Also ist offenbar gut justiert. Das sind so die guten Zutaten, die hier dafür gesorgt haben. Natürlich auch ein wirklich gutes Händchen bei der Bildbearbeitung. Das sind die Zutaten, die hier zu einem sehr guten Ergebnis geführt haben. Also das ist Astrofotografie auf einem Niveau, wo man auch schon mal irgendwie, wenn das jetzt irgendwie an eine Zeitschrift schickt, irgendwie solche Bilder werden gerne mal abgedruckt. Und da kann man einfach sagen, hier versteht jemand sein Handwerk. Und das kann man erreichen. Jetzt schickt ihr mir die Bilder ja nicht zu, um nur Lob zu bekommen, sondern vielleicht auch zu hören, was man noch besser machen kann. Ja, und da gibt es gar nicht so viel. Was mir aufgefallen ist, ist, das sind eigentlich kleine, eigentlich juckt mich das selber gar nicht. Aber es fällt nur mal auf. Die Spikes sind hier so ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch. Also sie sind nicht irgendwie entlang der Achse. Die sind aber auch nicht genau diagonal. Die sind irgendwie so ein bisschen diagonal. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Aber es gibt Leute, die das nicht so mögen. Die Abbildung in den Ecken habe ich vorhin angesprochen. Dazu zoomen wir mal ein bisschen rein. Gucken uns das Ganze mal oben in den Ecken an. Ja, ich meine, das ist Newton wahrscheinlich. Das stand auch nicht dabei. Hat Tobias Newton Korrekt, ähm, Koma Korrektor verwendet. Was man jetzt aber sieht, ist, dass die linke untere Ecke, ja, schon ein bisschen mehr vorzogene Sterne zeigt. Ja, es ist eigentlich überall gleich. Ah doch, hier oben ist es ein bisschen deutlicher. Das könnte jetzt ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht an einer Ecke das Gewicht der Kamera irgendwie so ein bisschen am Okulauszug zieht. Also, das könnte man verbessern, aber, äh, da kann man auch mal 5 Grad sein lassen. Wenn wir schon hier gerade beim Zoomen sind, dann können wir ruhig mal gnadenloserweise ein bisschen reinzoomen. Ähm, wir sind jetzt hier bei 50 Prozent und da sieht man schon, da kommt jetzt nicht mehr viel an Details. Das ist vielleicht auch einfach dem Seeing und dem doch relativ kleinen Teleskop geschuldet. Aber, was mir auffällt, ist, es ist hier relativ viel Rauschen. Und das Rauschen sieht ein bisschen komisch aus. Hier sind nämlich überall so dunkle Flecken. Wenn die jetzt kleiner wären, dann würde ich sagen, äh, das liegt an den Darks. Die sind aber relativ groß und die haben, ehrlich gesagt, die Größe von den Sternen hier. Und das macht mich etwas stutzig. Das sind jetzt wirklich nur Vermutungen. Aber, ähm, es könnte sein, dass hier, naja, vielleicht was mit der Registrierung nicht so hundertprozentig geklappt hat. Oder es ist irgendein Bildbearbeitungsschritt. Vielleicht ein Entrauschen oder sowas. Was hier dazu geführt hat, dass es hier überall so kleiner, so kleinen Lochfraß gibt. Äh, naja, es können schon auch die Darks sein. Damit habe ich ein bisschen was vorweggenommen. Was ich noch sagen wollte, ist, Tobias hat, äh, auch alle Kalibrationsbilder gemacht. Nämlich, äh, Flats, Darks und Bias. Und Darks sind schwierig, wenn man mit so einer Kamera wie einer 1000D arbeitet, also einer DSLR. Äh, womöglich bei verschiedenen Temperaturen, wenn man nicht, also wenn man irgendwie am Anfang der Nacht, kann es wärmer sein wie später, wenn man so lange belichtet. Äh, dann erwärmt sich aber wiederum die Kamera. Also, ich habe schon mal ein Video gemacht Anfang letzten Jahres. Das heißt, glaube ich, Darks vs. Dithering oder so. Und, äh, ja, da verweise ich einfach nochmal drauf. Äh, bitte anschauen. Darks können problematisch sein, die können zu warm sein. Äh, und dann entsteht nachher im Bild ein sogenannter Lochfraß. Das ist das Problem bei der Sache. Könnte auch hier passiert sein. Hätte, hätte, Fahrradkette. Weiß ich nicht genau. Kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen. Ich kann nur sagen, das Rauschen sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, apropos Rauschen. Die Canon 1000D-A, was ich so in Erinnerung habe, ist das jetzt nicht die allerdollste Kamera, was Astrofotografie angeht. Äh, ich hatte die auch selber, glaube ich mal. Ich habe damit aber nie Astrofotografie betrieben. Ähm, 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 ich hatte die vor meiner Canon 6D und, äh, weiß gar nicht, wie ich damit überhaupt fotografieren konnte. Also ich hatte mit der Canon 6D plötzlich überhaupt viel mehr Spaß am Fotografieren als mit der 1000D. Ja, ja, gut, aber was kann das sein? Es kann eigentlich nur dann thermisches Rauschen sein. Oder Ausleserauschen kann es eigentlich nach meiner Theorie nicht sein. Das Ausleserauschen der Canon 1000D ist mit sich halt nicht berauschend. Aber kann eigentlich hier keine Rolle spielen, weil es ja relativ lange belichtet wurde, die Einzelbilder. Bei, äh, relativ hoher Lichtversputzung. Also kann eigentlich nicht sein. Ja, was kann man machen, um jetzt einen Schritt nach vorne zu machen? Das ist ganz interessant, weil der Tobias hat mir geschrieben, dass das Bild, glaube ich, von 2018 schon ist. Und, äh, er, ja, jetzt nicht mehr mit DSLRs arbeitet. Und, äh, dann habe ich mal nachgeschaut, hat nämlich eine Astrobin-Seite, was er denn jetzt hat. Und lustigerweise, als ich mir das Bild angeguckt habe, kam mir sofort in den Kopf, Mensch, hier wäre der Schritt zu einer Kamera, zu einer dezidierten Astro-Kamera vielleicht etwas. Und da schwebte mir so die ZWO Asi 1600 vor. Und dann habe ich auf Tobias, äh, Seite nachgeschaut. Und genau die hat er sich gekauft. Also, ja, viel Spaß damit. Ich glaube, das bringt dich nochmal nach vorne. Äh, ansonsten würde ich sagen, ist das jetzt so. So ein bisschen musst du überlegen, was du machen willst. Willst du vielleicht mobil werden, mobiler werden mit deiner Ausrüstung? Wenn du von Wuppertal aus zum Beispiel in Sauerland fährst, hast du plötzlich echt einen guten Standort, je nachdem, wo du da hinfährst. Also richtig dunklen Himmel. Setzt voraus, dass du mobil unterwegs sein kannst. Das wird nochmal was machen, denn ehrlich gesagt, das gleiche Bild unter richtig dunklem Himmel belichtet, wird nochmal anders aussehen. Äh, dann die andere Variante wäre eben quasi da an deinem relativ schlechten, aber scheinbar auch nicht so ganz schlechten Standort zu bleiben. Also einfach, ja, irgendwie sozusagen vor der Haustür zu bleiben und vielleicht was Festes installieren im Garten, wenn es möglich ist oder so. Und dann vielleicht irgendwann mal auf einen Zehnzöller gehen oder so mit einer CMOS- oder CCD-Kamera. Das würde mit Sicherheit auch nochmal was geben. Aber prinzipiell, also was hier den Unterschied machen würde, wären, ja, eine andere Kamera, längere Belichtungszeiten, also noch längere Belichtungszeiten, was mit einem fest aufgestellten Setup dann besser zu realisieren ist. Oder ein anderer Standort, ein dunkler Standort. Viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Bildbearbeitung ist was. Äh, da lernt man irgendwie nie aus und da bist du auf einem super Weg und da kann man natürlich noch ein paar Sachen machen. Ich kopiere hier mal gerade die Ebene. Was mir aufgefallen ist bei dem Bild, ist, dass der Schwarzpunkt so ein bisschen, ja, den hätte ich anders gesetzt. Also hier ist noch Platz einfach, den hätte ich mal mindestens hier hingesetzt. Dann kann man noch in die einzelnen Kanäle reingehen und alles das ist ja tot. Und da ist ja keine Information, das kann man killen und du hast dann immer noch hier auf diesem Plateau-Bereich irgendwie wahnsinnig viel Platz. So, jetzt sieht das ein bisschen kontrastreicher aus. Finde ich gleich schon viel besser. Die Farbe vom Hintergrund stimmt eigentlich. Ich dachte zuerst wäre ein bisschen blau, aber ist es gar nicht. Das müsste eigentlich neutral sein. Äh, dann könnte man noch überlegen, die Farbsättigung zu erhöhen. Ups, mein Rechner ist ein bisschen langsam. Ist ja immer Geschmackssache, aber habe ich ja auch ein Video zugemacht. Ich finde eigentlich diese stärkeren Farben mittlerweile nicht nur schöner, sondern auch korrekter. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ist noch nicht so lange her. Gut. Tobias hat mir noch einen Link zu seiner Astrobin-Seite geschickt. Da sieht man schön seine Entwicklung. Haben wir jetzt nicht mehr die Zeit für. Ich habe gesehen, und das fällt mir jetzt noch als allerletztes ein. Bei einem Bild hast du ganz sicher nicht gedizzert. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile dizzerst. Falls nein, bitte mach es unbedingt. Auch das würde bei dieser Rauschproblematik helfen. Falls du es eh schon gemacht hast, habe ich nichts gesagt. Gut. Ansonsten einfach weiter so. Ich glaube, was du tun kannst für die Zukunft, weißt du eigentlich selber. Du hast ja schon eine andere Kamera gekauft. Ich bin ja mal vorsichtig zu sagen, eine Verbesserung kommt durch neues Equipment. Aber in dem Fall, glaube ich, wäre das schon einfach jetzt der richtige Schritt. Ja, das nächste Bild kommt vom Patrick Vogel. Und der Patrick kommt aus der Schweiz, wenn ich richtig verstanden habe, an der Grenze zu Deutschland. Schaffhausen müsste doch eigentlich dort an der Grenze sein. Da, wo der Rheinfall ist, oder? Ja, IC 348 ist ein Objekt. Ich glaube, es ist im Sternbild Perseus, an der Grenze zum Stier. Wenn ich mich nicht täusche, das hier müsste eigentlich NGC 1333 sein. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, wow. Und wenn mich jemand gefragt hätte, mit was für einem Teleskop ist das aufgenommen, hätte ich mal so als allererstes aus der Hüfte gesagt, irgendwie mit einem Apo irgendwas, 500 Millimeter so, auf einer sattelfesten Montierung und lange nachgeführt. So, und ich war nicht, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich gelesen habe, was hier der Patrick benutzt hat, um das Bild zu erstellen. Das ist mit einer Nikon D7200A gemacht, also auch astromodifiziert. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig irgendwie. Die Überraschung, das Objektiv ist ein Nikon. Mit den Nikoren kenne ich mich gar nicht aus. Das ist ein 70-200, also ein Zoom 2,8 G ED VR 2. Was ED heißt, kann ich mir noch denken. Was VR aber heißt, weiß ich nicht. Das Ganze wurde bei F4 aufgenommen. Dann, was mich überrascht hat, das ist eben die Montierung. Eine Ioptron oder Ioptron Skyguider 3500. Da ich mir selber gerade den Skyguider Pro gekauft habe, habe ich gedacht, das wäre so ein Guider eben. Aber das ist eigentlich so ein Hybrid. Das ist schon fast eine richtige Montierung. Also, ja. Aber es ist ein sehr, sehr mobiles Setup und jetzt kein Riesentilskop auf einer Riesenmontierung. Gut. Und das Ganze wurde 133 mal 120 Sekunden belichtet. Macht in Summe 4,5 Stunden. Gute 4,5 Stunden bei ISO 1000. Es wurden Darks, Flats und Bias gemacht. Bearbeitet wurde das Ganze in DSS, also Deep Sky Stacker. Da wurde es gestackt, natürlich, wie der Name schon sagt. In Fitzwork wurde dann ein Histogramm Stretch gemacht. Und da wurde es noch in Photoshop und Lightroom bearbeitet. Gut. Und die eine Frage, die der Patrick gestellt hat, war, habe ich das Bild zu hart bearbeitet? Und dazu möchte ich erst mal sagen, dass ich ganz angetan bin von der Bildbearbeitung. Denn das sieht so in der kleinen Version zumindest schon ziemlich ordentlich aus. Und hätte ich so nicht erwartet. Ja, dass da diese Dunkelnebel, die sind ja wirklich sehr, sehr schwach. Und auch hier diese Nebelchen, die sind irgendwie sehr schwach. Und ja, da muss man lange draufhalten und muss auch ein bisschen Erfahrung bei der Bildbearbeitung haben. Also grundsätzlich bist du da auf einem guten Weg. Wenn man jetzt ein bisschen reinzoomt allerdings, dann sieht man, dass hier, glaube ich, zu sehen, irgendwie viel auch entrauscht wurde. Und das sieht irgendwie so ein bisschen kräuselig alles aus. Also nicht so richtig definiert. Die Sterne sind irgendwie soft, weich. Deswegen tippe ich, dass hier so ein bisschen entrauscht oder ein bisschen mehr auch entrauscht wurde. Ja, und da würde ich jetzt schon sagen, ja, eigentlich ist das Bild schon ein bisschen zu hart bearbeitet. Allerdings ist das eben auch so ein Fall, wenn man sich das Ganze eben nicht so groß rauszoomt anschaut, dann sieht das Ganze prächtig aus. Gut, ich habe die, also der Patrick hat mir irgendwie viele Rohbilder noch geschickt. Die habe ich mal in Pixenside hier geöffnet. Das ist nach dem Stack. Und dann können wir hier einfach mal die Screen Transfer Function ausführen. Da sieht man dann irgendwie, wie das Bild nach dem Stack aussieht. Und da sieht man auch, dass es noch ein bisschen rauscht. Und ich glaube auch hier zu sehen, dass so ein bisschen dieses Farbrauschen hier entlang einer Achse sich so ein bisschen verschmiert hat. Also so eine leichte Form des Walking Pattern Noise. Darüber habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Ja, hier sieht man es deutlicher. Das ist aber eben die Sache. Ein Dizzern mit so einer Ioptron-Montierung ist schwer. Müsste man von Hand machen, weil man diese Montierung ja nicht nachführt. Ja, ich habe jetzt mal kurz Pause hier gemacht. Ich habe mir dann das Rohbild, da hat ein Rohbild mitgeschickt. Und das sieht gar nicht mal so gut aus vom Himmel irgendwie. Also bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie gut der Himmel eigentlich da war, wo du aufgenommen hast. Wie auch immer, also man sieht hier sind noch viele Gradienten in dem Bild. Hier unten ist es furchtbar dunkel. Man sieht überall eigentlich so grüne Gradienten. Das ist eigentlich typisch für, also das Grüne ist typisch für Lichtverschmutzung. Warum das hier unten so dunkel ist, weiß ich nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das durch das Flat irgendwie erledigt ist. Ich habe jetzt nicht mehr geguckt, welche Software hast du benutzt. Ich habe hier einfach mal Pixinside jetzt aufgerufen. Da gibt es ja diese Dynamic Background Extraction, mit der man Gradienten ganz wunderbar entfernen kann. Ich hätte jetzt auch das in Photoshop machen können, aber ich mache das lieber in Pixinside, weil es doch irgendwie so ein bisschen besser funktioniert und ich da mittlerweile auch besser mit umgehen kann. So, ich habe hier jetzt einfach mal Samples gesetzt, da wo ich Hintergrund vermute und vor allen Dingen an den Stellen hier unten, wo es irgendwie wirklich eine Rolle spielt. Jetzt kann man hier hingehen und sagen, bitte subtrahiere mir dann das Hintergrundmodell. Das machen wir jetzt einfach mal. Dann löse ich nochmal die Bildschirmdarstellung aus und jetzt sieht das Bild eigentlich schon viel besser aus. Ich würde jetzt vielleicht noch einen Durchgang von dieser Dynamic Background Extraction machen, aber nur um es zu demonstrieren, was das noch an Verbesserungen bringen würde, habe ich es hier mal gezeigt und jetzt ist hier die Ecke nicht mehr dunkel. Das heißt, dieser Gradient, der hier war, wurde jetzt doch deutlich entfernt. Jetzt kann man noch hingehen. Diesen Grünstich, Grünstich entfernen. So, ist der auch weg. Jetzt mache ich mal so meine Standardbearbeitung. Ich erhöhe die Farbsättigung um einiges vor dem Stretch. Man könnte auch jetzt schon entrauschen und so weiter und so fort. Einmal noch eine Hintergrundneutralisation. Dann kommt das Histogramm. Schwarzpunkt setzen, eine Kurve ansetzen, ausführen. Und jetzt vielleicht nochmal so. So, ich habe mal die Aufnahme unterbrochen, habe das Bild mal so auf die Schnelle nach meinem Empfinden weiter bearbeitet, also nach der Gradientenentfernung noch ein bisschen hier und da an den Kurven gespielt. Und so würde ich das machen. Ich würde es nicht noch doller bearbeiten. Also insofern, wenn du mich fragst, hier ist nochmal deine Version, würde ich sagen, jo, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber es ist auch Geschmackssache. Also im Direktvergleich, man sieht das natürlich jetzt auch durch den Bildschirm nicht irgendwie. Man sieht ja nicht das Rauschen hier so gut. Und das ist jetzt mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt mir, vom Rauschen her und so, gibt das Bild eben nicht mehr her. Beziehungsweise schon, wenn man es nur klein zeigt, kann man es irgendwie noch ein bisschen höher ziehen. Aber ich habe immer den Anspruch an mich selber, Bilder auch groß zeigen zu wollen. Und dann höre ich lieber einen Schritt vorher auf. Also wenn du mich fragst, ist das ein bisschen too much bei dir? Und ja, oder vielleicht ist es irgendwo dazwischen. Ich weiß es auch nicht. Aber so als Anregung. Gut, was die Bildbearbeitung angeht, Gradienten, also wenn du mit Pixinside arbeitest, dann unbedingt mal mit dem Dynamic Background Extraction Tool dich auseinandersetzen. Falls du Photoshop hast, dann würde ich dir raten, hier den Gradient X Terminator zu kaufen. Ja, geht beides. Pixinside ist ja noch ein bisschen flexibler, aber Pixinside ist eben auch wieder eine neue Baustelle. Gut, du hattest außerdem eine interessante Frage gestellt und hast gesagt, hast schön formuliert, wenn du nachts mit deinen Buddies irgendwie zur Astrofotografie irgendwie unterwegs bist, dann beschleicht dich immer so das Gefühl, vielleicht doch, oder beschleicht dich der Wunsch nach einer größeren Ausrüstung, vielleicht einen größeren Teleskop, einer größeren Montierung und am nächsten Tag besinnst du dich wieder und sagst, nee, doch nicht. Und du begründest das unter anderem damit, dass du Bilder von Leuten siehst, im Internet kursieren, die mit einer größeren Ausrüstung, als du sie eben hast, ja, nicht so gute Bilder machen. Ja, und das, es gibt alles, es gibt die Leute, die mit einer 20.000 Euro Ausrüstung irgendwie kein einziges gescheites Bild hinbekommen und es gibt eben die Leute, die mit einer Uhrwerksnachführung und einer Lochkamera super Bilder machen, übertrieben gesagt. Aber ja, es kommt tatsächlich, also der Astrofotograf wirkt immer durch das Bild hindurch und dann ist egal, mit welcher Ausrüstung er dann fotografiert, wenn es ein guter Astrofotograf ist, macht er gute Bilder, Punkt. Du bist auf einem guten Weg, würde ich sagen. Du hast, also ich wüsste gar nicht, wie man das hier macht, wie man das Bild so bearbeitet, kann ich noch was von dir lernen. Tolle Farben irgendwie rausgeholt und hier das alles irgendwie, gut, ich könnte hier noch ein bisschen die Farbsättigung erhöhen. Jetzt hat mich doch der Ehrgeiz gepackt. Naja. Ist übrigens so ein, ich gebe immer 130 ein, ich weiß auch nicht, wie sie so, ja. Gut, dein Bild ist trotzdem heller als meins. Ja, du bist auf einem guten Weg, was die Bildbearbeitung angeht. Du bist auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Du machst hier alles schon richtig mit der Nachführung und so und hast dich ja auch da reingefuchst, dass du irgendwie das Maximum aus deiner, ich sag's mal, kleinen Ausrüstung, so klein ist das ja auch gar nicht, so ein Nikon-Kamera samt Nikro-Objektiv, kostet ja auch ein paar tausend Euro. Aber die iOptron ist ja irgendwie keine riesen Montierung und du benutzt eben kein 10 oder 12 Zoll Spiegelteleskop oder was auch immer um deine Aufnahmen zu machen. Aber wenn du Bock hast, dir auf Deutsch gesagt ein größeres Teleskop mit einer größeren Montierung zu kaufen, wenn du denkst irgendwie, ja, ich hab Spaß an der Astrophotografie und ich will da einen drauflegen, dann mach's halt, ja, weil das soll ja auch Spaß machen und eine neue Ausrüstung macht natürlich auch Spaß, wenn man sie dann anschließend im Griff hat. Wenn man sie nicht im Griff hat, kommt der Frust. Gut, ich hoffe, ich konnte dir deine Fragen beantworten. Ansonsten kann ich nur sagen, weiter so. So, und das dritte Bild heute kommt von Manuel Auer. Der Manuel kommt aus Krivitz, 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 ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist bei Schwerin. Da war ich neulich in der Nähe. In Wismar war ich, glaube ich, das ist nicht so weit weg von Schwerin. Ja, und das ist, wie man unschwer erkennen kann, M5 40, die Pleiaden, aufgenommen mit einer Sony A7R II. Das ist die hochauflösende Variante der A7 in der Version 2. Es gibt, glaube ich, mittlerweile eine Version 3, wenn nicht sogar eine Version 4. Ein Biest, was Auflösung angeht. Das Objektiv ist ein Pentacon Auto, 135 mm, Blende, Offenblende 2,8, hier bei Blende 5,6. Das hatte ich auch mal, ähm, ja, und kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, dass ich es mal hatte. Ich habe eine Zeit lang mal so, ja, Vintage Objektive gesammelt. Ist aber auch schon wieder einige Jährchen her. Habt ihr alle wieder verkauft. Dazu vielleicht später noch mal was. Das Ganze wurde nachgeführt auf einem Omegon LX2 Mini-Tracker. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch eine Version 3 von. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das ein Tracker. Also eine ganz einfache Nachführung, die, glaube ich, mechanisch funktioniert. Na, das tun sie ja alle, aber eben ohne Motor. Also die, die, die Nachführung an sich ist irgendwie, glaube ich, die muss man aufziehen oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, müsst noch mal nachlesen. Ist auf jeden Fall ein relativ einfaches Ding, äh, um Kameras mit Normalobjektiven, Weitwinkelobjektiven und vielleicht auch leichte Teleobjektive nachzuführen. Das Ganze wurde 17 mal 122 Sekunden belichtet und in Redchim und in Adobe Photoshop bearbeitet. Und die Hauptfrage von Manuel war, warum seine Bilder, wenn sie aus der Stacking-Software rauskommen, das ist in dem Fall Redchim, äh, warum sie dann so hell sind, erwartet eigentlich er, dass die Bilder viel dunkler sein müssen. Das ist ganz witzig, weil die meisten Leute stellen die umgekehrte Frage. Die wundern sich nämlich, warum sie ihre Bilder zum Beispiel im Deep-Sky-Stacker oder in anderen Software stacken, äh, sind die nachher sehr dunkel. Man wird dann hier nur die hellsten Pleiadensterne erkennen und sonst gar nichts. Und, äh, viele gerade Astrophotografie-Anfänger fragen sich dann, warum sind die Bilder so dunkel? Und, äh, die Frage ist dann schon interessant. Der Manuel stellt, bei ihm sieht das nämlich anders aus. Ich hab hier mal so ein Bild geöffnet, also es ist jetzt auch nicht wahnsinnig hell, aber man sieht, das ist eigentlich für ein gestecktes, das ist jetzt ein TIFF-Format, als TIFF abgespeichert, ist es relativ hell. Und wenn ich mal das Histogramm aufrufe, sieht man auch, das sieht so aus, ja, als wäre entweder das Histogramm schon quasi, ähm, irgendwie ab, beschnitten auf eine Art, ähm, könnte hier den Schwarzmach natürlich nochmal setzen, dann ist es auch relativ dunkel, aber man erkennt eigentlich ja schon alles. Also es sieht aus wie ein gestretchedes Bild schon, äh, wenn ich das so lasse und dann nochmal das Aufrufe, also man sieht hier schon, dass irgendwie das Histogramm schon gestretched wurde und, äh, ja, das kann ich ja leider auch nicht genau beantworten, warum das so ist, wenn du mit Regim arbeitest, ich habe mal in die Anleitung geguckt, du könntest mal schauen, also meine Vermutung ist, dass es beim, die Bayern, ähm, vielleicht passiert, äh, da gibt es nämlich ein Häkchen, was man setzen kann bei der RAW, also wie Regime mit den RAW-Bildern umgehen soll, da gibt es ein Häkchen, das heißt, Stretch RAW to 16-Bit und dann kann man auswählen, ob das RAW ein 12-Bild oder ein 14-Bit ist, da könntest du mal vielleicht das Häkchen weglassen oder kontrollieren, ob du wirklich auch die richtige Bit-Zahl eingestellt hast bei den meisten modernen Kameras, ich weiß nicht, wie es bei der A7R ist, aber ich denke mal, es wird 14-Bit sein, ansonsten schau mal nach, wie Regime die Bilder speichert, es könnte auch sein, dass da bereits eine Bildmanipulation stattfindet, ansonsten, ich habe jetzt leider nicht die 100%ig passende Antwort, ansonsten, der Andreas Röhrig, der Autor der Software ist sehr hilfsbereit, dem kann man einfach eine Mail schreiben, ist Amateur-Astronom wie wir alle und lässt einen da nicht im Stich, zumindest hat er das bei mir nie getan, als ich ihn vor vielen Jahren auch öfter mal angeschrieben habe und Fragen hatte. Gut, ansonsten braucht es dich eigentlich auch nicht zu stören, weil es ist nichts an Bildinformationen verloren gegangen. Gut, wenn du die volle Kontrolle über den Stretch haben willst, kann ich verstehen, dass du es vielleicht irgendwie anders hättest und dass du dich wunderst, das kann ich natürlich auch verstehen. Ansonsten ist alles im Bild da und es ist quasi schon vorgestretched, also man hat dir einen Arbeitsschritt gespart, wenn man es mal so sehen will. Gut, aber mir fallen noch ein paar Sachen zum Bild ein. Also das ist jetzt der Rohstack und das ist die fertige Bearbeitung von Manuel. Klar, man sieht deutlich, du hast jetzt einen krassen Crop gemacht, ja, weil hier drumherum ist ja auch nichts, irgendwie, kann ich nachvollziehen, du willst eben die Plejaden fotografieren, hast einen Crop gemacht. Ja, dafür hast du aber eigentlich zu wenig Brennweite, also es funktioniert. Man kann nicht einfach ein Bild rauskroppen, es funktioniert hier natürlich schon, aber man sieht dann natürlich auch schnell alle Fehler. Ansonsten hast du sehr gut selbstreflektiert mir geschrieben, was dir schon alles selber aufgefallen ist, also du hast geschrieben, du bräuchtest eine bessere Optik. Ich habe vorhin gesagt, ich hatte das Pentacon Auto auch mal. Ich verstehe diesen Fable für die alten Objektive, die sind ja vor allen Dingen relativ günstig zu haben, wobei es Sammlermodelle gibt, die auch richtig viel Geld kosten und wenn man sich die Preise von richtig, richtig guten aktuellen Objektiven anguckt, die Hersteller der Kameras verdienen ja das meiste Geld mit den Optiken, dann, ja, da kann man ja tausende von Euros loswerden und, ja, das will vielleicht nicht jeder. Insofern kann ich das schon ein bisschen verstehen, aber man sieht bei den alten Objektiven eben doch häufig Probleme und man sieht hier in dem Bild ganz deutlich, dass es irgendwie Blausäume produziert oder auch Magenta und Rotsäume produziert und das ist einfach nicht das dollste und dann am anderen Ende so eine A7R2, ich habe das in der Einleitung schon gesagt, das ist irgendwie ein Auflösungsmonster, also das passt hier nicht zusammen, du musst dann quasi auch ein entsprechend hochwertiges Objektiv benutzen, da könnte man jetzt überlegen, ob du nicht auch auf so einen kleinen Apo gehst, weil du dann irgendwie nicht so viel Geld ausgeben musst und womöglich irgendwie damit deutlich bessere Ergebnisse erzielst bei weniger finanziellem Aufwand. Habe ich mal ein Video drüber gemacht, diese Anfängerausrüstung, das Video, das wird irgendwie glaube ich am häufigsten auch geschaut von allen und ja, der Red Cat gibt es mittlerweile glaube ich einen Nachfolger und dann gibt es noch diesen 61 EDPH glaube ich von Telescope Service, die beiden habe ich da mal vorgestellt, sowas in der Richtung vielleicht. Dann hast du auch geschrieben, dass diese Omegon LX2, dass du da schon überlegst, entweder auf den Star Adventure zu gehen oder auf die Ioptron, auf den Skyguider Pro. Der ist heute bei mir angekommen, der Skyguider Pro. Ich habe mir den selber quasi zu Weihnachten geschenkt und ich bin ganz begeistert schon vom Look and Feel, wie das Ding in der Hand liegt. Irgendwie das macht irgendwie einen soliden Eindruck und ich kann es kaum abwarten, damit zu fotografieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie Schrott ist. Ich glaube, das ist irgendwie im Gegenteil schon sehr gut irgendwie und damit wirst du wahrscheinlich mehr Spaß haben als mit dem LX2, wobei der ja wieder super kompatibel ist und ich glaube, das ist aber eher was so für Landschaft mit Milchstraße im Hintergrund, wo man so ein bisschen irgendwie das Rauschen verhindern will und dann mal ein bisschen länger die Milchstraße fotografiert. Und wenn man dann irgendwie, was weiß ich, Nachtwanderung macht oder so oder einfach nicht so viel Gepäck haben will, dann ist glaube ich so ein Omegon LX2 ganz gut, für den Anstieg natürlich auch sehr gut. Ansonsten hast du noch geschrieben, du hast dir die Kalibrierungsbilder gespart, aber mit der Begründung, dass du nicht so Wert legst auf realitätsgetreue Farben. Das widerspricht sich ein bisschen, also die Kalibrierungsbilder, darunter verstehe ich zumindest, Flats, Darks und Bias haben gar nichts mit den Farben zu tun. Also die Darks kann man weglassen, wobei das hier, wenn du nicht dizzerst, schwierig ist. Flats tun jedem Bild gut, kann ich dir nur empfehlen und dann baust du zwangsläufig dafür auch Bias Frames. Mit den Farben hat das nichts zu tun, damit wirst du aber irgendwie deine Bilder noch verbessern können in puncto Gradienten, nicht Gradienten, sondern Vignettierung, Staub auf dem Chip und so weiter und so fort. Da sind ja gerade die Mirrorless Kameras anfällig für und ich glaube die Sonys im Besonderen. Ist mir jetzt allerdings aber auch nichts aufgefallen, wir gucken noch mal in deinen Stack rein. Ansonsten sieht das Ganze sehr sauber aus. Übrigens hier ist ein Einzelbild und man sieht sehr schön den Unterschied, dass das Einzelbild, dass der Stack wie rauscharm das wird, wenn man 17 mal 122 Sekunden stackt. Ja, die Sterne sind leicht verzogen, das liegt am Omegon. Hol dir den Skyguider, ist ein tolles Teil, glaube ich. Ich werde aber einen Test drüber machen, so in 3-4 Wochen werde ich ein Video dazu machen, wo ich den ausführlich getestet habe bis dahin. Vielleicht wartest du noch so lange. Gut, jetzt muss ich kurz noch mal gucken, was du noch geschrieben hast. Ja, vielleicht mache ich hier auch mal so quick and dirty ein bisschen was. Also erstmal, man sieht eine ziemlich große Überlappung aus dem Stack. Ich kann schon wieder nicht irgendwas machen, gleichzeitig reden. Dort. Das geht auch einfacher. Weiß ich. Also man sieht hier, wenn man das so freistellt, dann sieht man die Vignette des Objektivs. Hier oben ist dunkel, hier ist dunkel, hier unten geht es sogar noch, aber zum Zentrum wird es heller. Das ist kein Problem mehr mit Flats. Natürlich gibt es die Möglichkeit, theoretisch das auch mit Software zu korrigieren, aber das ist nicht optimal. Dazu habe ich ein Video gemacht, was die Flats angeht. Können mal gucken, was hier auf die schnelle der Gradient X-Terminator sagt. Ja, da sieht man ein bisschen das Problem, also es wird neutraler, der Hintergrund, aber der überkorrigiert jetzt so ein bisschen die Vignette irgendwie. Ich habe jetzt auch die Auswahl sehr großzügig gewählt. Ich mache das nochmal. Ne. So, dann machen wir es mal so. Ich müsste auch nochmal überlegen, da habe ich auch ein Video zugemacht zum Gradient X-Terminator. Wie war das denn noch? Habe ich selber vergessen, wenn der überkorrigiert. Wir gucken uns erstmal an, was der jetzt hier fabriziert. Auswahl aufheben. Ah ja, sieht schon besser aus. Ein bisschen ist es immer noch da. Gradient kann man in gewisser Weise noch korrigieren. Schwarzpunkt nochmal neu gesetzt. So ein bisschen kann man die Plejadennebel noch rausziehen. Mehr ist in dem Bild an Informationen nicht drin. Ich finde das so, wie es jetzt aussieht, sehr schön. Ich glaube, ich hätte es auch so gelassen beziehungsweise wenn, ich hätte nicht so krass gekroppt, sondern vielleicht so. Ja, gut. Ja, eigentlich, man kann ja relativ viel kroppen bei so einem Megapixel-Monster, aber weiter hätte ich nicht gekroppt. Ich finde das so ganz schön und wenn man bedenkt, was das für eine Ausrüstung ist, abgesehen von der Kamera, die absolutes Profi-Werkzeug ist, das Objektiv ist so, habe ich meine Meinung zugesagt und die Nachführung ist eben auch eher Anfänger. Dafür ist es aber doch schon toll. Also, man muss sich auch immer klar machen, was da irgendwie, welche Ausrüstung benutzt wurde, um so ein Bild zu machen und wie gesagt, andere wären froh, wenn sie sowas hinkriegen würden. Aber ich glaube, du weißt selber, was als nächstes zu tun ist, reflektierst da selber, habe ich deiner E-Mail entnommen, irgendwie ganz gut und weißt, worauf es ankommt, also muss ich dir da jetzt auch nicht großartig das nochmal sagen. Ich kann es nur bestätigen, das, was du geschrieben hast, kann ich alles unterschreiben, bis auf das mit den Kalibrationsbildern. Gut, also, das war's, das waren drei Bilder, drei sehr unterschiedliche Bilder mit unterschiedlichen Ausrüstungen, unterschiedlichen Herangehensweisen, immer wieder spannend. Ich selber mag das Format sehr gerne. Schickt mir eure Bilder unter frank at astrofotocolon.de und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise am Montag mit einer neuen Folge des Astrofotocast. Bis dann, tschüss!